Ey, boah, das ist so ungewohnt, LP wieder zu spielen. Mensch, endlich bist du wieder da. Ich hab dich richtig vermisst. Boah. Ich darf kein Auto fahren eigentlich. Warum? Weil ich gerade zwei Stunden in der Vor-Narkose lag. Mir wurden die Füße abgehackt. Ich musste meine Füße wieder dran nähen. Welche Schuhgröße? 37. Uh. Die Füße lagen hier am Würfelpark. Du hättest die aufsammeln können. Ach, scheiße. Ich war zu spät. Und, wie geht's dir? Du warst lange nicht mehr da. Ja, ich war ein bisschen in Urlaub. War gut, oder? Ja, ja, war gut. Ja, es ist hier. Tod ist langweilig. Ja? Was geht, Mann? Wo ist Marcel? Gerade im Krankenhaus aufgewacht, Mann. Kann sein, dass die, naja, noch nicht im Krankenhaus aufgewacht sind. Ist Marcel da? Ja. Ja? Ja, war er bis vorhin. Was ist denn passiert? Na, wir wollten, glaube ich, Antisch ficken oder so. Nee, ich kann's ja wieder als Warner anfangen, Mann. Hm, nee, nee, nee. Ich wollte sowieso nicht anfangen. Ich will nur noch hierher kommen zum Spaß haben und nicht, um Kopfschmerzen zu haben, weißt du? Na ja, ganz ehrlich, seitdem du weg bist, hat sich viel geändert, Mann. Ja, hat sich viel geändert. Du bist gerade im Krankenhaus aufgewacht. Und, habt ihr Spaß miteinander? Noch nicht. Äh, wir haben immer Spaß. Wir haben immer Spaß. Lässt du ihn nicht ran? Doch. Ach so, ist auch mal. Let's go. W's. Jetzt gib mir meine fünf Bomben, Mann. Ja, du Mixer. Aha. Und da sind die leicht verdienten fünf Subs. Zum Kleidungsladen, Mann. Maschinengan Kelly hat meinen Kleiderschrank geplandert und die Jeans da gelassen, Mann. Oh mein Gott, du musst, du hast auch keine Füße mehr. Ja. Was sind das für eine Hose, Alter? Das ist nicht meine, du Wiss. Alter Schwede, Mann. Schau dir diese Hose an, Mann. Warte, warte. Das wird ein Tweet, Mann. Warte kurz. Digga. Was schickt mir... So ein Scheiß. So nehme ich deine Mutter ran. Ey, bist du, du Hölzer? Ich hoffe eigentlich so verbannt zu. Norbert, kannst du Voice-Quell anrufen und fragen, wo er ist? Ein paar Mal hier bitte links zum Kleidungsladen. Hast du hier, oder was? Ja. So, du Schmierige, Wichser. Wo bist du? Erzähl mal. Wirklich, ja. Ich bin gar Business-Meeting. Business-Meeting. Ich bin auch nicht genießen danach. Ja, ja. Ja, erzähl mal, wo du bist. Schick mir mal ein Dispatch. Ich hol dich ab. Ich bin hier mit Norbert. Ja, ja, ja. Lokal, lokal. Mach ich gleich, oder? Ja, ja. Schick mir. Deine Mutter braucht Hilfe. Komm schnell hierher. Hallo. Ja? Wo bist denn du? Ich bin da. Ich fäll' grad vor meinem Schiff. Zum nächsten Business-Termin gefahren, ja? Ja, aber wer ist denn dein Schiff? Ali? Ah, nein, nein. Kennst du nicht? Ja, lass uns nochmal treffen. Sorry, ich hab die letzten paar Tage... Oh, ja, oh mein Gott. Hörst du auch so einen Notten-Song? Ja, ja. Ich fahr den mal an, ja? Vielleicht hört er dich. Ähm, wo bist du? Sag mal. Was? Ich bin grad auf den Streets, Mann. Was ist denn los? Ja, lass treffen. Ich hab ne wichtige Nachricht für dich. Ich geb dir gleich Standort. Ja, ich wohne jetzt in der Villa. Ja, ja, ja. Alles gut, Mann? Ja, ich bin noch kurz im Gedanken. Ich bin sofort. Okay. Schick mir gleich Standort. Fahr mal so ein bisschen rein. Jo, da fehlt doch noch jemand im Auto. Wollen wir vielleicht irgendwo hinfahren? Ja, wenige. Anzure. Scheiß auf dich. Du warst eh hässlich. Wie heißt denn du? Wie heißt du? Amelia. Ach, sie. Von Blanco die Ex. Achso, Blanco war ein hier drin. Ja, dann hau rein, Mann. Hey, Uwe, du bist ein Bastard. Warte, 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 warte. Hat der... Hat der Muchzi hier gerade mit mir geredet, oder was? Hey, der Muchzi hat dein Reifen kaputt geschossen, der vorne rechts hier. Ja, Uwe, sind alle schlafen gegangen? Nein, alle sind Wachung. Wahrscheinlich kommt... Warte, in acht Minuten kommt Carly. Nur, damit sie Platz ist. Wolltest du mir heute noch Standort schicken? Ja, ich schicke euch. Ich meine, ich bin schon verraten. Bisschen Lumpa, gewollt ihr, ja? Ja, besser ist. Aber bleib mal vor den Toren, Senior. Ja, mach ich. Mit wem habt ihr denn alles kriegt? Carly, Artisch? 18? Mit allen, die scheiße sind ungefähr. Carly, Artisch? Ja. 18? Ja, 18 haben wir schon weggefrühstückt. Ich soll am Tor warten, warte mal. Hundefutter steht da. Oh mein Gott. Ja, hat hier Hundefutter da gelassen. Wer hat sich verarscht? Aber es ist ein ganz komischer... Ja! Kein Bock mehr. Und warum fackt der nur mich ab? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Haben wir einen, haben wir einen? Die haben Krieg, ne? Egal. Warte, warte. Oha. Der wird ja direkt wieder beleidigt. Ui, 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 alter. Was ist denn hier los, Jungs? Nimm dir fest. Nimm Sosa fest. Mach mal bei Platz. Nimm dir fest, nicht mehr Platz. Es ist auch nicht mehr Platz. Es ist auch nicht mehr Platz. Es ist auch nicht mehr Platz, deine Scheiße. Du wirst denn wissen, dass ich bei dem Platz bin? Na gut. Verpiss mich doch, Junge. Verpiss mich doch, Junge. Verpiss mich doch, Junge. bist du noch bei dem Platz. Sosa, verpiss dich von dir oder wir quallen dich ab, Digga. Verpiss dich von dir. Alter, scheiße, der hat hier. Ey, da hängt ein fettem Platzfotorat auf dem Platz. scheiße mann ein loko liegt ihr müsst ihr mitnehmen kann nix machen bruder hast du ein patent auf der straße oder was alter was machen sie jetzt hier keine ahnung deine männer spielen wie der esl meisterschaft halten sie die schnauze sind sie aufgewacht oder nicht sind sie jetzt aufgewacht oder nicht ich bin langgefahren sind sie nicht gekommen sind sie bei dem platz wie sieht das aus wenn platz immer wieder weggeknallt wie sieht es aus wenn du in den spiegel guckst sehr gut mein freund ach schmerz ist wenn die platz gerade weggeknallt werden hört sie das hören sie das genießen sie den klang ich höre tot und verderben für die platz wissen sie wissen sie was mich gerade am meisten interessiert wie diese popcorns hier hergestellt wurden jetzt liegt auch der in uc jetzt liegen alle die auf den dächern dieser funk ist so angenehm warte ich sterbe ich habe nichts getrunken warte ich weiß ganz genau in einer stunde oder so werde ich wieder schmerz ARD Text im Auftrag von Funk sein. Server geworden, Dicker. Ey, Bruder, es tut mir leid für Sparta. Sparta ist der korrekteste Mensch der Welt. Bruder, es ist so traurig, Dicker. Ich denke mir jetzt, ich denke mir gerade mittlerweile, warum habe ich überhaupt angefangen, um diesen Server zu spielen. Salamu alaikum, hier ist der Voicemail von Mr. Voicemail. Ich bin gerade nix mal eine erreichbar. Wolltest du mir irgendetwas wissen? Dann mach einsprechen nach Signanten. Piep! Ja, Voicemail, ich wollte dir sagen, dass, wenn du Zeit hast, können wir vielleicht später einen Raub machen, ja? Ich bin ja jetzt nicht mehr bei dem Platz, deswegen. Digga, was ist mit deiner Schwester los? I'm married my dad. Voice Greg. Du hässlicher Wichser! Hallo, Voice Greg. Ja, 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 sorry, hallo. Frag einfach Staatsbank aus, dann kommt der. Lass uns treffen, ich habe eine Idee für einen Raub. Ja, wo, wo? Lass uns Staatsbank treffen. Äh, Staatsbank, ja, easy, locker. Kommst, sag Wallabilla, du kommst. Ja, Wallabilla, ich komm. Ja, okay. Sag Wallabilla, du fickst mich nicht. Wallabilla, ich fick dich nicht. Jo. Was geht, was geht, Sosan? Was geht? Was geht? Habt ihr eine Waffe? Nein, du? Kann man mit dem Messer starten. Hey, wo ist denn deine Bitch hier? Hallo. Was geht? Das ist Amelie. Hallo, Amelie, hallo. Hallo, was geht? Hey, wenn gar nicht, Amelie. Was willst du von mir? Was, wäre wie Sosan, Amelie, hallo, oder was? Ja, ich bin, äh, nee, ich bin Zeynep, ja. Was für Zeynep, Amelie, hallo, hast du gefickt, ja? Manu, wie geht's euch? Den haben du den, aber gehst du dir? Wie siehst du aus? Nee, ich bin scheiße geworden, Habibi. Mir geht's sehr gut, ich bin Wohlstand jetzt. Hey, warte mal, du hast so viel Geld gemacht, dass du jetzt Wohlstand bist, oder was? Ja, natürlich, natürlich, Habibi. Was denkst du denn? Wer ist Wohlstand? Sag mal, wie viel Geld hast du denn? Ja, ich würde schätzen, wenn ich alles verkaufe, eine Milliarde. Weißt du noch, damals Grundschule, äh? Ja, Grundschule, genau, Grundschule. Äh, ja, wo? Ich gefickt damals, Titi Twister, du kleiner Arschloch. Ich hab, weißt du noch, ich hab der Mann... Guck mal, ich, ich war derjenige, der immer an deiner Seite stand. Sogar als du damals verdammte Scheiße so nochmal die Toiletten geputzt hast beim Titi Twister. Habibi, willst du mich verarschen? Du hast direkt auf Dings Automat geschissen und gesagt, Ali, putz mal, du kleiner Arschloch. Das hab ich nie vergessen. Du nimmst das zu streng, Mann. Ich war der Einzige, der für dich da war, weißt du, der noch deinen Bedürfnissen gehandelt hat. Ja, genau, du warst für meine Bedürfnisse da, du hast auf jeden Boden gegabt, damit ich das aufputze, du kleiner Arschloch. Nein, so ist das nicht gemeint, Mann. Ich hab, guck mal, ich hab dich extra Stunden machen lassen, damit du noch mehr Geld verdienst, weißt du? Genau, ohne jetzt sogar nichts zu tun gehabt, damit ich noch mehr bei diesem Blackjack verzucken kann. Nee. Vielen Dank, dass du meine Sucht unterstützt hast, du Horizon. Wer, dass du ne Blackjack-Sucht hast, dafür kann ich ja nichts. Ja, hast du recht. Ich glaub, die ist zum Glück eh besiegt. Jetzt juckt mich nicht mehr, Habibi, ich will zehn Hände, zehn Millionen, juckt mich. Hast du deine Sucht besiegt? Ja, Habibi, sagen wir mal so, ich bin immer noch süchtig, aber jetzt juckt's nicht mehr. Wie viel hast du schon verspielt? Ja, ich schätze mal so über 100 Millionen. Okay, wollen wir einen Raub machen? Hast du ne Waffe? Ja, nee, aber ich kann zu dem Platz gehen, eine besorgen. Ey, Jungs, kann ich ne Waffe kaufen von euch? Eine Waffe, Mann. Ja, warte, warte, ich geb dir eine, ja? Willst du eine? Ja, bitte. Bob, ich geb dir die. Bob, du musst aber runter vom Motorrad, sonst kann ich dir nicht geben. Warte, ich geb mir eine, ich geb du mir die. Nein, nein, ich geb dir, hier, hier. Hier hast du meine Waffe, Mann. Ey, du schmieriger Wichser, Mann. Jetzt gib mir ne verschissene Waffe, Mann. Ja, siehst du, was halt deine Fresse. Sehe ich aus, wie das keine Ahnung was. Was will mir ihr was verschenken, Mann? Geh arbeiten. Junge, was soll gearbeiten? Was redest du für ein Scheiß, Digga, Dad? Hier. Dredd, du kleiner Wichser, Mann. Dich werde ich noch fricken. Dredd, du bist ein Wichser. Deine Mutter ist ne Hure, Dredd. Deiner ist ein billiger Schlampe, Mann. Fufi, Mann. Da ist ein Cent auch schon billiger als deine Mutter, Mann. Oh, Dredd, wegen dir hab ich richtig Ärger bekommen. Deine Fresse. Du liegst schon am Boden, die beleidigen dich tot, Digga. Und dann warten, dass ich mit den RP mache. Und dann liegst du am Boden. Und er macht ein Soundboard an von mir aus meinem Stream. Der kann froh sein, dass ich auf Twitch bin, weil ich an den... Das hat dir geraucht, Alter. Das hab ich ja noch nie gesehen. Oh, holy shit. Ist das ein Witz, Alter. Und schwöre, wenn da ein Abmau hintersteht, Digga, traue mir mal, was da los ist. Holy shit. Ist das ein peinlicher Scheißhaufen hier, ich schwöre. Gigi, habt gewonnen. Habt ihr jetzt alle zweiter Zuschauer mehr? Ihr habt es erreicht. Ihr seid richtig, äh, ihr seid Gangster. Das ist richtig krass. Ah, ich hoffe, mein Stream. Ah, ah, ah. Ah, ah. Digga, das ist doch gerade aus meinem Steam entstanden. Wie machst denn du das denn sonst? Oh, ist das der, Digga. Also, Bruder, der Server ist, also, Bruder, der Server ist dann aber auch, ne? Merkt er selber. Wie machen die Leute an? Wie erklären die das? Wie sanktionieren sie? Und wir fordern das RP zwischen unseren Familien. Sanktionen, Digga, der macht ein Soundboard aus meinem Stream. Was für ne Sanktion. Der soll seine Fresse halten, bevor ich ihn ficke. Das ist ne Sanktion. Der soll seine Schnauze halten. Ganz einfach. Geht mir nicht auf die Eier. Was ist das? Was für ne Sanktion. Der macht ein Soundboard an aus meinem Stream. Soll ich verpissen. Ist das mein Freund? Wenn du das machst, wenn Bitcoin das macht, ralas. Ich mag euch, ich kenn euch. Der soll verpissen. Was ist das? Wenn das Leute machen, die ich mag. Tamam. Aber nicht irgendein dahergelaufener Kelp, der mir auf die Eier geht. Schau mal, meine Mutter, wo sind wir denn hier? Mach das nicht mit mir. Ich schwöre, ich bin da hingeblieben.